Ich muss mich ganz schön konzentrieren hier. Dass man auf keinen Stub passt hier. Perfekt. Okay. Uno? Yeah! Cool! So, dann müssen wir runter gehen. Und da... So, und nu? Raus? Jo, wir müssen raus. Okay, jetzt haben wir gleich... Ähm... Zwei zieht sie hier, oder wie? I don't know! So, wenn wir einmal da sind, können wir auch gleich speichern hier. Können wir auch gleich speichern. Ne, da, mach auf. Gelegentlich bitten dich Personen, Botengänge für sie zu erledigen. Ja, sehe ich aus wie ein Briefkasten oder was? Sie haben einen blauen Pfeil über dem Kopf und erscheinen auf dem Radar als blaues X-Symbol. Okay. Aber... Visiere Peti an, um herauszufinden, was er will. Die Details des Botengangs erscheinen im Sozialmenü. Halte rechte Maustasse gedrückt und drücke Alt, um den Botengang anzunehmen. Ja, ich bin game. Danke! Na gut, Mann. Folge dem X-Symbol auf dem Radar, um den Botengang zu erledigen. Okay. Ähm, aber... Ich wollte eigentlich gerne erstmal speichern hier. Ach, beziehungsweise, ich kann ja gar nicht speichern. Nö. Scheiße. Okay. Na gut. Dann bringen wir das halt noch schnell weg und dann speichern wir hier einmal. Ah, so ne Mädchen, wa? Ah. Oh Gott. Okay, da hat wohl ne Freundin. Botengang erledigt. Jon House und meinдж � Ooh together. Hall sembler! Noch was hier? Nee. Da war doch noch irgendwas. Was soll ich denn hier wieder machen? Universalucksack' zu spielen. Unerlaubtes Betreten. Okay, diese Schlampe... Oh. Ja. I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry, and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. Okay, what's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Oh, that's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorms. One set of lab notes coming up. Der will immer geknutscht werden hier. Merkt er das schon? Da kann er sich den zweiten Kuss abstauben hier. Hä? Oh, geh zur Turnhalle. 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 Okay, wir gehen zur Turnhalle. Ich bin schon unterwegs. Schneller! Schneller! Die Turnhalle war da hinten. Ich glaube, ich bin ja voll in die falsche Richtung gelatscht. Oder? Ach, hier. Nee, war aber ich doch in die richtigen Richtung. So. Wo ist die Olle jetzt? Gib das Paket wieder her. Brich ihn, Mandy's spinnt ein. Das ist anscheinend... Ach, nee. Der ist unter... So, das muss jetzt aber zack, zack gehen hier. Okay. So, jetzt aber zack, zack hier. Oh Gott. Oh Gott. Mülltonne, Mülltonne, Mülltonne. Oh Gott, das hat die da gemacht. Eine Stinkbombe gelegt. Die hat da gerade tatsächlich eine Stinkbombe reingelegt. So. Jetzt können wir rausgehen hier schnell. Wie geht's denn hier raus? So, hoho. Nee, geht laut. Oh, Mann. Oh, Mann. Autoshop, da wollen wir doch gar nicht hin. Und wenn wir die Aufgabe erledigt haben, würde ich erst mal speichern. So, wo ist denn die Madame hier? Ach, du, lass mich nicht gehen hier. Ich schau mich hier nur um. Hey, wo ist denn die Olle? Ist die da draußen oder was? Sag mal, wo ist denn die Olle? Ja, jetzt gib mir meinen Knutscher. Jetzt mag dich, Beatrice. Ei, 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 ei. So. Wenn dich ein Mädchen mag, nimmt es deine Geschenke immer an und will dich küssen. Okay? Aber ich gehe jetzt erst mal speichern, um deine Maffe hinter nicht zu werfen. So. Ich gehe mal in die Tonne hier. Ich will doch nur, nur, nur hier raus. Hallo. Hallo. Ich will doch einfach nur speichern und in mein Bett hier. So. Jetzt gehe ich aber dieses Mal ins Bett schlafen. Nicht, dass ich wieder ausgeraubt werde hier. So. Mein Bett. Mein Bett. Jetzt speichere ich erst mal hier. So. Ja. Möchte ich. Daten werden gespeichert. So. Schlafen. Ich lege mich gleich so ins Bett und pennen. Okay. Dann haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, Let's Play Bully die Ehrenrunde. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Zuschauen der Folgen und bis dahin. Tschüssi, euer Brutz. Tschüssi. Tschüssi.